Hallo, wo ist das Problem? Wir verticken das Zeug und teilen uns die Kohle. Keiner weiß, dass wir den Scheiß haben. Alter, sag mir, wer macht Para? Wir machen Para. Wer macht Para? Wir machen Para. Wir machen Para. Wir machen Para! 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 500 Euro in einer Nacht und das ist nur mein Anteil. Wir machen Para! Wir brauchen den Kux gewunkert, Mann! 50.000 Cash! In einer Woche! Bei mir zuhause! Wir fahren! Ich hab den Schnauzen voll! Siehst du, also umgibst du dich mit den falschen Leuten? Dann willst du mir gerade sagen, dass meine Freundinnen die falschen Leute sind? Alter, meine Freunde würden sterben für mich, Mann! Warum sagt ihr mir, dass alles okay ist, wenn ihr 50.000 Euro Schulden habt? Das ist die Russen-Mafia, Mann! Die knallen mir deinen Hirn weg und vorher bumsen die dich einmal so richtig durch! Nein! Die Brüssel der Drinkers! Du hast sie mit den Kinschern gefangen! Drei! 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 Vielen Dank.